so und wir sind zu ja ich weiß nicht mit meiner kurzen Einleitung mit Bock mehr zu sagen sie müssen mehr sorgen ja das ist eine Domi-Platte mein Moin Späherst du mir nicht schafft drauf wo ist der Bandit auslebt noch es wird es wenn es fällig ist Antwerp 1 die gesetzloser die Sterben die Anführer die in den Arsch war einmal derselbe aus als Schocken weiter geht es kommt bei den Tor ich bin dabei nicht unterbekommen hier sind sie unter und gestorben ja das ist voll integriert wohl Intellektuellen nicht machen wie geht's irgendwo rein ich weiß nicht mehr wo Schausten Zerstörung um mit Kleidung um den Rest in griffes und dringend ja leicht aus dem Krieg aber nichts das noch mal ja ich hab den Ring der Schmiedekunst an das schwere nein es ist schmiedekunst er macht Schmiedekunst Verbesserung geht es hier noch neuer gibt es nicht du musst du mit den Nachtigellen machen genug in der Nähe genug was mit den Zwergen ruhig geh mal zu diesem Haus das sieht schön aus gubdi 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 guuuu haus in ein warum die Sturz die Toten Hosen Ballast der Republik ja zum 8.000 die sie lieben okay sie bis jetzt noch friedlich ausschließend sind Schlägerei auf die ich durch die mitmachen abgebranntes Gastortes drei Banditen ganz am Rand der Welt friedlich an Dürfen wir die umbringen ich? Joa Ja. Gott. Ich will die nicht alle umbringen. Ach, komm bitte. Nö. Gangster? Oh, komm bitte. Okay, das darf ich alle umbringen. Ja, ist doch witzig. Komm. Jetzt will man mit dem Ork reden. Niki hier. Orki. Ich will was mit dem Ork her sagen. Das ist es gar nicht kennengelernt. Eigentlich will ich den Ork. Er mag die Leute und so weiter. Aber er hält sich an die Leute. Und er bringt es mal in der Karte. Okay. Trololol. Orki. Orki. Hallo. Orki. Der ist wahrscheinlich im Keller oder unten am See. Ja. Nee. So ein Nachttourkeller. Wenn das eigene... Yay. Yay. Ach, das ist... Das ist ein Typ, den man umbringen muss. In der Quest, das ist Feinschmecker. Das ist ein ganz berühmter Typ. Und den muss man umbringen. Erinnert mich gerade der Raum dran. Entschuldigung, wenn ich das jetzt schon verrate, weil... Ist mir ganz so aufgefallen. Nimm mal den Namen. Also die Fresse von dem gesehen hat. Weil der Feinschmecker wird nicht erkannt. Oh. Ich kann den jetzt noch nicht umbringen. Ich kann nicht hier zeigen. Ja. Ist euch kann ich nicht umbringen. Weil ich den... Sorry. Letzer Zeug getötet. Getötet. Jetzt genau... Deshalb kenne ich das hier. Zum Nachttour. Ui. Ganz schön wichtig. Ruchtige Waffen. Mhm. 48? Ja. Hallo, das ist besser als deiner. Nein. Nein. Hörnie. Ja. Hörnie, Hörnie. Ist das gekommen. Gefolge es gilt hier. Das habe ich trennen wirbel. Wünschbrennt. Heio. Hat es gebracht. Gehen wein? Was sagen wir hier so? Eistroll. Oh nein. Die fährt von mir. Können wir mal auf der Babystufe spielen, in Schwierigkeit. Näh, das ist langweilig. Was auch gewandet. Du hier jetzt schon fast. Ohm, weil dagegen ist es leidend. Ernsthaft, Leute. Da ist der Schreie von Azura. Das Winterfeste. Schreie von Mermusdrücke. Also mal zum Galgenfeld, den Gucken, wir von Daußen, Zergen, wie die finden. Sein Kriegsama. Oha. So, während du so ein ganz schwerer gegen den Endgegnern erkämpfen musst, kannst du das leicht machen und gegen die Wölfe so richtig schwer, damit sie so richtig gut sind. Trollolol. Sven Hup. Aber wir sind ein Drak, oder? Das ist wie viel Haar, da haben wir doch die erste Zeit. Das ist ein Drak. Das wäre irgendwie nicht gefunden. Das wäre irgendwie nicht gefunden. Da, Mann. Komm, Juni, Alter, ist doch noch nicht zu spät. Oh, da ist, ah, okay, ich weiß, was hier ist. Das ist ein, so ein komisches Vanidenlager. Muni, das ist ein Fuchs. Sieht mich nicht, oh, Arschloch. Ja, geil. Das ist ganz geil. Willst du es mal versuchen? Ja. Das ist heute. Momo. Eisgeist. Ist der? Ja. Das sind die kommenden Schlangen-Dinger. Ja. Ja. Ja, mir ist die Viecher. In voll scheiße. Aber voll schlicht. Hm. Komm ich doch hoch. Ja, aber schlicht nicht, ging mir drauf. Ah, da ist die, die gerade entdeckt. Okay. Ihr um Nahrunglöffelstil. Komm mit. Auch hier sind wir. Ich stelle die Bände, der hochrennen kann. Ja, du nicht. Ha? Du nicht. Na, doch, aber... Bah, die ist da hinten, nicht Idiot, wie genau die falsche Mannschaften. Ach, es sei. Halt. Will er aber aufstehen? Nein. Wie? Hoffentlich nicht, dass er das will. Soweit er unten angekommen ist, steht er auf. Keine Sorge. Oder einfach so. Kannst ihn einfach wieder umschauen. Menschen das war zu einfach Reikers ja hab ich gar nicht damit gemacht auch gut kamen ich muss jetzt darüber schreisen übelst praktisch ich bin ich bin ich bin mein Gott jemand singt alle meine Deckung schnell die Gläser wegbringen das war auch nicht mehr und dein Computer? ne der ist ja nicht aus Glas der kann nicht splittern ne da ist nichts mehr mehr ne das ist ja doch das ist der Weg der da hochführt da unten ist das an da unten geht das los glaube ich und sagen ab in die Zwerggemine so feuerart das ist ja warum? oder geiles ja doch das ist ein Zengel tot? durch die Anfangsstufe von feuerartem ist gut hä? trollolol getrollt nun kann man mal hinten ich glaube ich hat die Schlagmann noch mal gucken was die mal hinten machen ja der Nick brach was hat er gesagt? weiß ich nicht ich zugehört er kann er hat gerade geschrien und verrückt das 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 dann der Helm auf also schon hart ab in alz halb 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 darber kurz Zeit auch das ist das war die erste zwingend wo ich drin war da warst du mit mir drin ich wollte die nicht während sie schläft töten hier warst du mit mir dann hier noch eingesammelt bringt das was das massive gemein kann man einschmerzen nicht alles so vieles nimm das mit was man einschmerzen kann oder nimm das mit das mitteil später die spät nur noch ein zu gehen machen wir machen generell ist weiter damit tschüss bis zum nächsten